Die hierzu erwerbende vollständig renovierte 3-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Eschwege. Das Objekt wurde 1968 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Balkon, eine Einbauküche und einen Parkplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 70 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 75.000 Euro. Wohntraumimmobilien steht Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017